Hallo, Willkommen auf dem Khabisch.ch YouTube-Kanal. Was mir gerade aufgefallen ist. Als Mensch hat man eigentlich immer nur zwei Varianten. Hält man es mit jenen, die dafür stehen, einem die Freiheiten zu erhalten, auch weiterhin wählen zu können, wo man hin will. Oder wenn man diejenige Seite, die klargestellt hat, dass sie den absoluten Willen zur Macht hat und auch schon bereits einige Male klargestellt hat, dass sie jeden töten wird, der sich ihr in den Weg stellt. Also eher Freiheit mit Unsicherheit oder Diktatur mit Garantie. Tja, c'est la vie.